Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen? 0123456789, das sind Ziffern und aus denen bilden wir alle natürlichen Zahlen. Der Vorgänger ist um 1 kleiner, der Nachfolger ist um 1 größer und so können wir die Zahlen sortieren. Dafür haben wir ein eigenes Zeichen, kleiner und größer. 3 4 4 5 5 5 7 Untertitelung des ZDF, 2020